Und es geht um etwas, was im Kern, wie gesagt, kostenlos ist. Und es geht um etwas, was du nur noch für eine kurze Zeit tatsächlich für dein Leben realisieren, in dein Leben hineinholen kannst. Und warum das so ist, auch das erfährst du gleich. Dein Leben, dein wahres Leben, das beginnt mit etwas, was null Komma gar nichts kostet und was erfahrungsgemäß viele Menschen und vielleicht auch dich trotzdem sehr stark herausfordern kann. Das Allererste, das Allerallerwichtigste, damit du in deinem Leben wirklich zufrieden sein kannst, damit du in deinem Leben mit deinem Leben wirklich glücklich sein kannst, damit du in deinem Leben dich wirklich erfüllt fühlen kannst, dass du die Liebe in dein Leben so hineinholen kannst, dass du dich von innen heraus geliebt fühlst und dass du auch nach außen hin in deinem Leben das Gefühl hast, ja, du liebst, du wirst zurückgeliebt. Es ist genug Liebe in deinem Leben da. Und es wäre gleich ein Jahrmillimum, dass du dich von innen werden musst, Untertitelung des ZDF, 2020